Moin Leute, was geht da? Mein Name ist Projekts. Ihr guckt euch alles an. Hier. Ich muss dann noch eine Regel machen. Also warte. Ähm, so, nix. So. Ich zeig euch mal ein bisschen alles, aber ich spoiler nicht. Hier ist das größte Nether-Portal, hier. Hier sind ja die Regeln. So, hier. Ähm, das Eis im Kuhlenform. Na. Hier. Hier. Ob noch um mich und das und jo. Los, los, du musst brennen. Ach, ja, verdammt geht. Hier sind die Beacons ideale. Paul Berger, soll es heißen, Paul Berger Hils. So, ich mehr zeige ich euch dann nicht, wenn ihr auf dem Server seid. Ihr müsst es dann selber rausfinden. Also, hier ist immer die Grenze, hier, zu meinem nächsten Spieler. Tja, ich schicke, ich verlinke diese Webseite da noch mal in der Videobeschreibung und da könnt ihr mal vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Leute, wenn was Fragen geben sollte, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Danke, kommt gerne auch noch auf mein Discord-Server. Hab sogar richtig viele Portale erstellt, also ein Endportal zeige ich euch alles nicht. Das zeige ich euch erst, wenn ihr alles auf dem Server seid. Und ihr müsst auch jeden Tag, fast jeden Tag, Videos machen. Jeden zweiten Tag oder jeden zwei bis fünf Tage wird der Server neu resettet. Hier. Kleberspawner, alles. So, Leute, das war's mit diesem Video. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn ich weitere Videos über meine YouTuber zu machen soll, dann lasst mich gerne wissen in den Kommentar. Vielen Dank, Leute, dass ihr zu...